Hallo, mein Name ist Timo Sevts. Ich berichte aus der heutigen Personalratssitzung. Zur Sitzung selber heute gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Die Sitzung war sehr kurz, leider aus traurigem Grund. Der Personalrat war heute direkt im Anschluss an die Sitzung auf der Beerdigung von Detlef Rennemann. Viele werden ihn hier aus dem Gewände- und Fortendienst kennen. Detlef Rennemann war längere Zeit, also bestimmt 30 bis 40 Jahre hier im Klinikum. Im Dienst ist jetzt vor anderthalb Wochen ungefähr leider viel zu früh verstorben und denke ich wird nicht nur uns, sondern vielleicht auch dem einen oder anderen hier aus dem Gewände im Gedächtnis bleiben. Viel mehr will ich gar nicht sagen und ich hoffe, dass wir in der nächsten Woche ein besseres Thema, wenn auch vielleicht nicht ganz konfliktfrei, aber zumindest erfreulicheres Thema, sage ich mal, haben. Bis denn!